Die Schule Reil in Halle ist geil. Mein iPad wurde vollgekotzt. Ich war noch nie an einer so tollen Schule. Ich hab mich perfekt mit meiner Klasse und meinen Lehrern verstanden. Und jetzt wo ich raus bin zerreißt es mich. Die Zeit war so toll. Sympathische Schüler wurde mit Messer bedroht als ich vorbeikam. Gerne wieder. 32 Grad und darf nicht nach Hause, was das AMK. Saftladen. Bissknalle aus Halle.